Boah, ich hab Bock auf ein paar Dashcams, ja? Boah, das ist sogar neu, sechs Tage her. Oh, was ist denn da passiert? Dashcam Drivers Germany, next episode. Ein Hallo und Willkommen heute mal im LKW. Moin, moin. Oh, Julian ist hart unterwegs. Was ist da wohl losgehen? Stand. Aber, Bruder, das ist sehr gefährlich. Das macht nicht mal Julian, ich sag euch ehrlich. Boah, so oft hatte ich die Situation, wo ich kurz rüber musste. Aber nein, das war mir zu risikohaft. ... gemäßer Start. Drum schieben wir den nächsten Klassiker sofort hinterher. Hey! Handy, oder was war das hier? Aber wo ich schon von Klassikern sprach, alle guten Dinge sind drei. Hier kommt der dritte. Wir sind mit einem Sender Dreamer unterwegs. Er träumt hier aber definitiv nicht. Boah, was für ein Bastard, ja? Einfach nur fast zur Hölle. Der Gegenverkehr hat eine perfekte Sicht auf uns. Aber nein, man muss jetzt und sofort an diesem Roller vorbei. Aber vielleicht klappt das mit schlechterer Sicht ja besser. Boah, Bruder. Ja, netter Versuch, dass es ohne sich gar nicht mehr klappt, kann man sich ja denken. Ich meine, ja, manche Ausfahrten, so wie diese, mögen blöd und schlecht einsehbar sein. Die ist echt blöd, diese Ausfahrt. So wichtiger ist es aber halt, dass man sich schlichtweg vorsichtig vortastet. Und das hat er auf jeden Fall nicht getan. Aber was kann einem sonst noch so vor das Auto springen? Ja, der Hund, oder? Da versuch doch glatt der Hund das Auto anzugreifen. Die Dashcam hat leider keinen Ton, aber zum Glück gab es hier wohl keine Berührung. Aber steigern wir die Ausfahrt, die uns als Autofahrer angreifen können, nochmal weiter. Ja, aber Bruder, nein, 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 nein. Ich schwöre, hier ist der Lkw-Fahrer nicht schuld. Nein, 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 hier ist der Lkw-Fahrer nicht schuld. Guck dir diesen Fahrer an. Angreifen können nochmal weiter. Bruder, du siehst doch, dass hier das Ding zu Ende ist. Was soll der Lkw-Fahrer machen? Soll er da stehen bleiben, oder was? Was soll der Lkw-Fahrer da machen? Der kann da nicht stehen bleiben, Bruder. Wenn ein Lkw da stehen bleibt, weißt du, wie lange das Bob ist, das Ding anfährt? Bruder, das musst du doch wissen. Es muss deine Aufgabe sein, vorausschauend zu fahren. Und vorausschauend fahren bedeutet auch, die Ausfahrt beobachten, weil Ausfahrt bedeutet immer, der kommt jetzt auf meine Spur. Und du weißt, dass der da ist, dass er auf deine Spur kommt, und der ist gerade schon am Ende, Bruder. Wie kannst du da so ignorant sein und einfach los? Nein, aber die Auswahl der Dinge, die uns als Autofahrer angreifen können, nochmal weiter. Hier musst du schon abbremsen. Ab hier musst du hier, ab hier musst du schon abbremsen. Ausfahrt, Einfahrt, ihr wisst doch, was ich meine. Es ist mir egal, ob der Autofahrer Vorfahrt hat, Bruder. In dieser Situation, was soll ich machen? Gegen einen Lkw, Bruder, das ist kein Spaß. Wallah, bei Lkw, ich respektiere die so hardcore. Weißt du, was passiert, wenn du dagegen knallst? Dieses Ding hier landet in deinem Gesicht, weißt du, ne? Wo der Lkw ist nicht so, einmal so Frontstoße. Das Ding geht durch deine Scheibe und dein Auto wird zum Cabrio. Und ja, wenn man nett gewesen wäre, hätte man hier früh bremsen können, um den Lkw reinzulassen. Kann man drüber sprechen, ja. Aber der Lkw muss ja am Ende trotzdem immer noch den Verkehr beachten und vor allem, wenn es nicht passt, Vorfahrt achten. Solche Aktionen hier, die sind doch einfach völlig daneben. Er zieht hier mit der Brechstange ohne jegliche Rücksicht auf Verluste raus, zwingt uns zur Vollbremsung und schiebt uns, weil der Bremsweg kaum erreicht, aber ja auch noch den Gegenverkehr rein. Diese Aktion hätte das Potenzial gehabt, richtig, richtig übel in die Hose zu gehen. Aber das ist ja nun die eine Sache. Wisst ihr, was mich an dieser Situation eigentlich erst so richtig wütend macht? Etwas mehr als eine Minute später passieren wir den Lkw hier, weil der die Abfahrt nimmt. Welche Handgeste würdet ihr jetzt hier erwarten? Klar, natürlich eine Entschuldigung. Ach nein, er zeigt uns hier ernsthaft als Bonus obendrauf auch noch den Mittelfinger. Ja, wer weiß. Anstatt hier seinen Fehler zu erkennen, nein, er macht sich mit dieser Geste dann auch noch absolut lächerlich über uns. Und so ärgerlich das ja vielleicht auch sein mag, wenn man mit dem Lkw nicht reingelassen wird, all das kann ich ja verstehen, weil natürlich beschleunigt ein Lkw schlecht und aus dem Stand wird es natürlich nochmal schwerer. Aber mit dieser Einstellung, die der Lkw-Fahrer hier an den Tag legt, vor allem die Aktion hinterher, die zeigt, dass es ihm halt wirklich komplett scheißegal ist. Es tut mir leid, aber mit dem Verhalten hat er am Straßenverkehr leider einfach nichts verloren. Ich bin beim Lkw, Digga. Rechts von uns ist die Busspur und das sind aber auch wieder sehr viele interessante Busse überall. Und hier rechts, all die Autos, alle stehen sie auf der Busspur, vordrängeln auf der Busspur ist ja das eine, aber dann im Kreisverkehr. Wird obendrauf dann auch noch die Vorfahrt genommen, aber das hat System, wieder stehen sie hier alle auf der Busspur, wieder wird sich hier vorgedrängelt. Aber ich sag euch ehrlich, das sieht mir nicht aus wie eine Busspur. Der da, das ist ja nun mal der eine. Oder wenn das so viele machen, ich schwöre, die Leute checken glaube ich nicht, dass das eine Busspur ist. Einfach Wiesbaden. Ja, aber Bruder, das ist so zum Beispiel eine Situation, da würde Julian einfach Gas geben. Einfach sowieso 20 kmh, 10 kmh fahren die bestimmt gerade. Ich hab 100% recht. Dann würde Julian einfach dagegen fahren. Busspur, wieder wird sich hier vorgedrängelt. Hier, einfach fahren, nicht durchlassen. Und der da, das ist ja nun mal der eine. Julian, ne, also ich würd's natürlich nicht machen, Chat. Ich hab so einen Freund, Mann, von dem distanzier ich mich auch, das ist voll der Trottel. Der macht das immer. Ach, der Mercedes hier auch noch mit aller Gewalt. Also das ist schon echt dreist. Der Einsender meinte, gelegentlich stünde die Polizei auch da und würde dann vorne alle rausziehen. Aber an diesen beiden Tagen nun offensichtlich nicht. Hier stehen wir jetzt aber auch an der Ampel. Naja, so geht's natürlich auch. Nehmen wir jetzt hier noch einen anderen Einsender. Er heißt auch Kevin, das ist aber nicht der gleiche. Aber wir stehen ebenfalls an der Ampel. Tja, nur er, er tut's halt offensichtlich nicht. Ja, das ist echt asozial. Das geht gar nicht. Aber spulen wir noch ein Stück vor. Und selbst bei grüner Ampel. Ähm, ja, finden die Leute trotzdem ihr wie ein Weg, mehr oder weniger bei Rot zu fahren. Hier sind wir jetzt beim Stefan. Ich hasse Fahrradfahrer. Und hier geht das mit dem Rot jetzt noch ein bisschen eindeutiger. Wo auch immer der Radfahrer daherkam, aber der kann keinen grünen gehabt haben, spulen wir auch hier jetzt wieder ein Stück vor. Ja, bei manchen hat das mit den Ampel. Wir sammeln halt auch einfach das System. Aber wie der Zufall es so will, hier haben wir auch wieder einen anderen Einsender, der jetzt ebenfalls Stefan heißt. Denn alle guten Dinge sind ja bekanntlich vier. Wir spielen jetzt mal Suche den Radfahrer, der über die rote Ampel fährt. Alter, von allen Seiten kommen sie angefahren. Aber ich sag's ja immer wieder. Autofahrer. Alter. Alter. Ticke, die Fahrrad über Rot. Von allen Seiten kommen sie angefahren. Das ist Julian und seine Bande, Jett. Aber ich sag's ja immer wieder. Autofahrer können's halt auch ganz gut. Am Ende ist es nicht unbedingt eine Frage des Fortbewegungsmittels, sondern vielmehr halt auch einfach eine Charakterfrage. Drum. Wie schön ist es doch, dass der Charakter diverser Protagonisten in unseren Videos ja immer einwandfrei ist. Da vorne steht ein Auto. Und jetzt mal ganz im Ernst. Sie hatte gefühlt eine halbe Stunde Zeit, hier loszufahren. Aber nein. Es muss in genau dem Moment sein, wo wir ankommen. Ja, wallah, aber warum fährt er so spät? Ich sag's ja immer wieder. Es gibt so gewisse Menschen, denen ist halt einfach alles egal. Und das war wieder ein gutes Beispiel dafür. Aber bevor der Glaube an die Menschheit jetzt komplett unwiderruflich verloren ist, etwas breitere Landstraße hier, Motorrad von hinten. Der Einsender hält sich sehr weit rechts. Und ja, wenn man innerhalb der Fahrspur den erforderlichen Abstand einhalten kann, zu Pkw ist es ein Meter, dann darf man auch innerhalb der Fahrspur überholen. Und der Motorradfahrer hat sich ja auch fürs Platzmachen bedankt. Ich hatte ja so eine Szene vor einiger Zeit selbst auch schon mal gehabt von mir. Auch da hat sich der Motorradfahrer bedankt. Bei sowas hier, da hat man auch hinterher den ganzen Tag gute Laune, oder zumindest mal so lang, bis man halt dem nächsten Helden begegnet. Aber das ist ein gutes Stichwort. Da hinten schert einer zum Überholen aus. Und hinter uns wäre jetzt eine super Lücke zum Einscheren. Digga, was machst du da mit deinem Penner Audi? Digga, 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 Digga. Man muss mal durchziehen. Sehr zur Begeisterung des Gegenverkehrs. Junge mit seinen 100 PS, Alter. Aber durchziehen, das ist ein weiteres gutes Stichwort. Es geht um von das rechts kommende Moppet. Moppet. Es ist Moppet oder Moped? Ich sag immer Moped. Tja, und da liegen sie jetzt. Das war wohl ein bisschen zu übermotiviertes Tempo für den Abbiegevorgang. Positiv zu erwähnen ist aber, der Transporterfahrer, der steigt sofort aus hier. Das erste abbiegende Auto hält auch sofort an. Das haben wir ja so oft auch schon anders erlebt. Aber wie scheint war das hier wohl Glück im Unglück. Es ist nicht wirklich was passiert. Und das ist die positive Nachricht. Hier, hier haben wir jetzt gleich die nächste Abbiegesituation. Und bei den Straßenmarkierungen sieht das für mich so aus, als wenn die da im Gegenverkehr eigentlich alle gar nicht abbiegen dürften. Oder ist das Münster? Junge, wie viele Fahrradfahrer gibt es hier? Ja, und dann kombinieren sich mal wieder mehrere Dinge auf einmal. Radfahrer über Rot. Abbieger über die durchgezogene Linie. Ja, wunderschöne Situation. Hier stehen wir jetzt auch erstmal. Bahnübergang ist rot. Der Einsender hält ein Stück Straße frei, damit die von links kommenden einbiegen können. Und ich denke, das ist legitim. Das kann man durchaus so machen. Aber jetzt kommen dann gleich zwei Sachen zusammen. Meine persönliche Meinung, das kann natürlich jeder anders sehen, darum meine persönliche Meinung ist, auf Ampeln und Schranken achten, gehen die Schranken hoch, Motor an, sofort bereit machen zur Weiterfahrt, weil wir wollen ja nicht alle ewig da rumstehen. Wenn man einen Politiker erleben möchte, dann lohnt es sich Bundesverkehrsminister Volker Wissing auch. Der Einsender träumt, wie ich finde, jetzt erst ein bisschen rum. Der Staat ist sehr gut genug. Das Deutschland-Ticket wird stark angenommen. Wir haben deutlich steigende Abonnentenzahlen. Das kann man wohl sagen. Zahlen, die der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, VDV, jüngst veröffentlicht hat. Da geht's noch, oder was? Aber das, was der Einsender hier zu langsam war, ist der dann aber halt auch zu ungeduldig. Leute, wir werden doch schon immer irgendwie alle am Ziel ankommen. Immer mit der Ruhe. Aber ja, das sollte ich vielleicht nicht zu laut sagen. Boah. Was zur Hölle war das denn? Handy am Steuer oder abgelenkt oder doch Sekundenschlaf. Auf jeden Fall war das hier... Boah, das hätte richtig blöd enden können, ne? Eins, nicht gut. Hier sehen wir es nochmal vom Innenraum aus. Heule. Der hat durch sein Abkommen von der Straße auf jeden Fall eine ordentliche Stauwolke aufgewirbelt. Hier hingegen, hier staubt gleich gar nichts mehr. Einen Moment später. Ist das hier ein Regenschauer, oder ist das hier ein Regenschauer, oder was? Ganz normalste auf der deutschen Autobahn. Junge, Junge, das ist aber kein versöhnliches Ende drum. Nehmen wir doch glatt ein anderes, das hier ist doch deutlich netter. Drum, die Folge ist durch. Links, da habt ihr jetzt immer gerne noch einen weiteren Video-Vorschlag verlinkt. Klickt da drauf, ja, dann kommt da hin. Rechts noch eine Entscheidungshilfe. Super, abonnieren.